Hey Leute, es geht ja weiter mit Ghost of Tsushima. Ja, und jetzt auch auf meinem neuen Fernseher. Das seht ihr jetzt nicht. Das ist ein 4K-Fernseher, aber es geht immer noch nicht auf den 4K. Da muss das Produkt wahrscheinlich in 4K sein. Das wollten wir als nächstes machen, oder wie? Schauen wir mal. Okay. Die Vergangenheit vergeht nicht. Okay. Ich bin hinter dir. So, so, okay. Was ist jetzt, wenn wir nochmal in die Steuerung einkommen? Hau an, die haben wir bei 20 verschiedenen Spielen. Ja. Ja, was. Ich glaube, das war so, was du. Schönen wir müssen ja den Wind füllen Wir müssen zusammen gehen wir mal da dann oder? Oder wie siehst du? Warte mal wo ist der ober? Wo passt er? Da oben Ah hier gehts runter Da soll man mal gucken wo man runterkriegen kann ne? Bevor man nen falschen Schritt macht Da oben Ja dasst Ich weiß nicht, aber ich kann nicht sagen Das war ich nicht Höchst Ich weiß nicht, wie ich los wenn ich dich nicht Das war's für heute. Da haben wir unseren Mongolen. Gucken wir auch schon mal. Reinkommen wir in dem Spiel. Das wollte ich nicht. Scheiße. Ah, ich will jetzt falsches drücken, weißt du? Hallo ihr Mongolyten. Scheiße. Geh weg da weg da weg da weg da weg. Sneaky man. I'm a sneaky man. Scheiße. Boa schütze. Der hier. Ah. Hier können wir auch so mal. Können nix. So. 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 Wie? So. 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 saß sauer mir holen muss ja sucht so wie das bäschchen top dem darin aussieht so wie ich kann wo sie es sich hier noch kohle war da nie alles doch sie möchte kudas haben wir schon mal die wasser fallen sehen Ja. Ich bin verschämt. Der liegt ja. Gott, du, du! Los, los! Warte, voll. Los, los! Los, los! 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 Los, los, los! Los! Los, los! Los, los! Los! Los, los! Das war's für heute. Ich bin sehr weit überrascht, aber... Na da. Na da. Hier runter? Nimm mal Marsch. Okay. Ist ein bisschen knifflig mit dem Wind, aber man weiß, glaube ich wohin. Wollen die mich hier zurückschicken? Ja, aber... Ah, seh ich schon die Markierung, jo. Oh Gott. Oh scheiße, dieses schnelle Nacht-und-Nachtwechsel und alles. Ist so kacke. Ist schon so schnell. Was machst du? Aaaaaaah, jungen. Sprich doch einfach in den Vorsprung. Wo bin ich denn jetzt? Eeeh... Ich bin... Eeeh... 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 ... Janet, Eeeh... 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 Ich war gerade am überlegen soll ich, soll ich nicht, soll ich? Hopp up. Nächster. Hopp up. Nice. Hopp up. Dojo, Dojo. Dojo. Mach dich platt du doof. Mach dich. Mach dich. Mach dich. Mach dich. Ein Kommandant. Nein, ein Führer. Ischikawa ist? Was ist das? Mose. Mose. Molka. R keto. 제일 leikle citobild. Dießenk independence. Grazie競. Margaret-Kill. Gl смотрите hierbei. Reple up. Wir haben noch nichts dabei. Wird ausbrocken? Ann Frech. Ist das dritter. Das war's. Okay. Machen wir noch eine, ne? Noch eine Quest. Eine Nebenqu- äh ne. Das ist noch fortlaufende Quest, ne? Können wir noch weitermachen. Oder eine andere, eine Nebenquest machen. Zwei Seiten. Zwei Seite habe ich bekommen. Zwei Seite. Zwei Seite. Zwei Seite. Die ist direkt hier. Hm. 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 Was haben wir denn hier? Nein. Das ist ein Lager. Fett mir ja mal schnell. Lass mal nicht lieber. Da habe ich keinen Bock drauf. Was wäre wieder schönes. Was angenehm ist. Ähm. Ja, wir könnten hier das machen, ne? Mach ich glaube ich aber auch. Ja. Dann werden wir auch was anderes haben. Außer diese, eine, eine Questreihe. Oh, ein Vogelchen. Oh, ein Vogelchen. Wohin führt mich denn ein Vogel hin? Jetzt kurz ist es okay. Hey. Lass mal hören. Ich bin ein bisschen dran. Es gibt einen Geheimdienst. Es gibt einen Geheimdienst. Warum sagt man das etwas? Es ist wirklich. Hier war es ein Geheimdienst, aber jetzt nicht die Geheimdienst. Es gibt einen Geheimdienst. Es ist ein Geheimdienst. Es gibt einen Geheimdienst. Es gibt einen Geheimdienst. Ich wünsche euch die Nacht. Geheimdienst. Geflüstert. Weit. Oh, Glühwammchen. Glühwammchen. Ich suche die Nacht. Ich suche weit nach Geistern. Oh Gott. Auch den weg... Mach das mit dem Weg. Ich nehme ihn. Ja, ich werde sie mit denen nehmen. Das sehe ich nicht. Der andere, ja, bleibt gut. Da lasse ich ihn mal tot. Ich mache nichts. Wer ist jetzt von meiner Arme? Von meiner Schwester? Das ist das der. Es ist zufällig, dass wir da reinkommen. Okay, hier mal ein Vorsprung hinterher. Das war schwer in der Nacht. Warum sehen die nur teilweise? Das finde ich komisch. Junge. Die meisten sind doch... Hä? Kann doch über dem schweben oder was? Okay, wenn es ein Geist ist, dann... Oha. Das ist ein Geist. 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 Wir deltenen das Geist. Sei da, mal. So, desu ka. Arigato. So, desu ka. Hup. Eibenholz. Das ist der Eibenholz. Oh, die hängen überall. Hoi, 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 hoi. Der ist er ja. Hab ich schon Bambus ablehnen lassen. Vom Springen. Joa, haben wir doch alles geschafft. Was? 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 Okay, angemacht! bitteschön, Lüster M-Wide M-Wide ASM Oh, wir haben eigentlich zwei Technikpunkte, aber komm, wir sparen noch ein bisschen Haben wir noch einen anderen Nebenquist? Teil ist man da zweifach an der Störung 1, okay Okay, okay, okay Aber noch einen anderen Nebenquist, würde ich gerne noch eine machen Ging doch kürzer als ich dachte Äh, was ist das denn hier? Leere Körbe Oder Hier ist auch noch was Für Sosima Oder Der Preis Des Eisens Ich seh das nie immer so Ähm Ja, komm, wir machen die hier Die hier alleine rumsteht Die Quest Leere Körbe Sehr, sehr viel, was man hier machen kann Sehr, sehr viel Auf jeden Fall Äh, das sind die Äh, okay Das ist der Strohutlager Die war Wafi Das Entstehung Die war schon Ablohme! 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 Ja Ablohme! Ich könnte auch mal das Schwert holen. Nein, das Pferd holen meine ich. Hat mir ja auch noch was, ne? Da war ja was. Ach der Vögelchen wieder. Ich folg dir Vögelchen. Hier war aber auch irgendwo. Warten Sie Frau, warten Sie Frau. Frau Holdemait, warten Sie. Die... Ah, der Überlebende. Ah. Okay. Ja, sehr gut. Haben wir das entdeckt, ne? Aber... Wir machen jetzt mal die Küsse. Was ich kann nicht für auch heute mal. Ja! Ah! Leere Körbe! Sehr coole Bilder! Viele Skapete haben die einfach ein eigenes Bild, das finde ich mir cool gemacht. Manches Bluttsauerts haben, nee. Ist ja gut, ne, so. So, oh, hier ist das Reisen nach Nordwesten in Richtung Wald. Ich weiß nicht, wann die das uns erzählt hatte, wo die sind. Aber, okay. Wie haben sie gefunden? Wo denn? Da. Ich sehe sie. Ja, sie sehen auch vielleicht sehr verzweifelt aus. Ich freu dir raus. Ich freu dir raus. Ah, das ist nochmal. Bam. Ja, das ist halt dann. Mach ich mal den Tritt, Alter. Mach ich mal so einen Tritt. Ist ja neu. Der Leide muss beendet sein. Wir suchen mal noch den bestohlenen Esken. Reis. Alles, was ist hier? Grausame Zeiten, würde ich sagen. Grausame Zeiten. Die haben echt nur das eine Bündel. Na dann. Warte mal. Ich rufe an mein Pferdchen. Nein. Hier ist nochmal. So. Jetzt haben wir dich. Auch mal gezeigt. Hm? Ich rufe an. Ich rufe an. So. So. Hey. Ach, wir sind drin. Können wir die auch vielleicht beklauen. Nein. Ich weiß nicht. Ich glaube, der hat aber nichts. Oh, keine Taschenlampe hier. Es ist dunkel. Äh. Oh. Ah. 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 Da muss ich sie wirklich beklauen. Wenn sie sowas macht mit mir. Nein. Ich habe gerade Vorräte noch gesehen. Da nehme ich die auch noch mit. Das geht ja immer gar nicht, ne? Da ist man das Resistenz. Die sind immer so kurz fest, ne? Aber okay. Ich versperre mich nicht. Okay. Hat die noch was hier? Ne? Okay. Dann gehe ich wie jeder normale aus der Fenster raus. Ähm. Hammer das. Hammer, 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 Hammer. Ja, warte mal. Dann gehen wir als nächstes wieder zum... Opa. Und machen die Quest weiter, oder würd ich sagen? Oder nicht? Oder doch? Oder nicht? Aber wie viel sind wir denn jetzt bei dem? 4 von 9. Das ist ein bisschen. Ein bisschen. Ja, oder wir können ja auch einen anderen machen, ne? Fählen wir gerade ein. Wie viel sind wir gerade der? 3 von 9. Okay. Ähm. Bei dem. 1 von 3. Der hat nur 3. 3. Aber wie können den Opa jetzt erstmal machen, ne? Noch einmal und dann gucken wir mal. 3 von 9. Das war nicht mit dir. Der Weg des Bugens. 5. 2. 3. 4. Eijiii Lauf Hier 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 Schiff! Schiff! Uff! Hu! 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 Hey hey hey. Wo ist denn nun mal? Der ist genau unten, ne? Kann man hier hoch? Bitte... Ähm... Wie kommen wir denn hier hoch? Ah... Das ist mal... Ach, da ist er. Und wie es weitergeht, würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge, oder? Haut rein! Bis dann! Tschüss! 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 Tschüss!